So, Musik ist wieder drin und... You face Chiraxus! Immer sachte. Sonderregel. Bei jedem Zug zwei Karten ziehen. Alles klar, wenn sie das braucht. Oder er, oder sie, ich weiß nicht. Jedes Spielfeld ist mir schwer, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Ich bin der Boss. Ach, glaubst du wirklich? Hey, wir fangen das erste an. Super! Oh ne, kein gutes Blatt. Wir können wieder kein Monster spielen. Ich glaube, ich muss mehr Monster reintun, der Stufe 4. Weil das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir ein schlechtes Blatt haben. Vielleicht sollte ich ein paar Zauber- oder Feinkarten da raustun und mehr 4-Stufen-Monster-Reiter-Reintun. Verdammt! So was mag ich echt nicht. Zum Glück können wir zwei Karten pro Zug ziehen. Da ist die Chance ein bisschen größer, dass wir die passende Karte ziehen. Gut, jetzt ist erst einmal sie dran. Ich gehe jetzt davon aus, dass es eine sie ist. Sie zieht eine Karte und erhöht ihre Lebenspunkte um 1000. Äh, unsere, sorry, unsere Lebenspunkte. Dann setzt er eine verdeckt und sonst noch was. Und eine verdeckte Karte, okay. Was können wir, ah ne, ich möchte jetzt keine Karten von ihr auf die Hand zurückgeben. Und wieder kein Stufe 4-Monster. Leider können wir Gehirnkontrolle nur bei offenen Monstern aktivieren. Daher können wir die jetzt gerade nicht benutzen. Wir könnten sie allerdings benutzen, wenn sie ihr Monster aufdecken sollte. Jetzt haben wir das Problem, dass wir mehr als 6 Karten auf der Hand haben, nämlich 7. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Runde beenden würden, müssten wir eine abschmeißen. Und da ich das nicht möchte, setze ich eine Karte verdeckt. So, dass man zwei Karten ziehen darf, ist interessant. Denn dadurch kann man schneller seine Strategie umsetzen. Nachteil ist allerdings, dass man auch schneller decktot geht. Wir können was, ach so, ja. Wir können Zwangsjagrührungsgerät hier jederzeit aktivieren. Okay, wir haben immer noch kein Monster gezogen. Das macht jetzt allerdings nichts, denn wir haben jetzt verrierte Schwerter gezogen. Die Karte bewirkt übrigens auch, dass alle gegnerischen Monster aufgedeckt werden. Und das benutze ich jetzt auch. Einmal verrückte Nachlader und Scale-Engel. Sie darf eine Karte ziehen. Ähm, möchte ich jetzt nicht annulieren. Und was ist dies für eine Karte? Wenn diese Karte durch Kampfzerstattung auf den Friedhof gelegt wird, lege zwei Karten von deiner Hand auf den Friedhof, um zwei Karten zu ziehen. Ich glaube, bei ihr können wir es so machen, dass wir bei ihrem Deck auf Decktot spielen lassen. Also, ich spiele jetzt quasi auf Decktot. Denn ihr Deck spielt sehr darauf, Karten zu ziehen. Warum weiß ich jetzt nicht, muss ich zugeben. Gut, ich glaube, ich spiele zunächst Gehirnkontrolle. Schnappe mir ihren Scale-Engel, opfere ihn dann, spiele hier Hierarchus Finks und zerstöre ihr Monster. Sie muss dann zwei Karten ziehen und zwei von ihrer Hand ablegen. Genauso mache ich das jetzt. Und dann kann ich vielleicht noch Seichtes Grab spielen später, wenn irgendein Monster zerstört werden sollte von mir. Gut, dann jetzt kommt eine Zogutbeschwörung. Wir kriegen Hierarchus Finks aufs Spielfeld. Als nächstes Battle Phase. Jetzt erstöre ich ihr Monster und sie muss zwei Karten von ihrem Deck ziehen. Durch den Effekt ihres Monsters. Interessant wäre es, wenn die die Karte Austausch des Geistes noch im Deck hätte. Das bewirkt nämlich, dass die Friedhofskarten mit dem Deck ausgetauscht werden. Alles klar, will ich noch etwas machen. Ich kontrolliere mal mein Feld. Hammerschuss würde sich jetzt beim eigenen Monster auswirken. Schild und Schwert hebe ich mir auf. Ja, ich glaube das passt so. Man sollte auch nicht immer alles ausspülen, was man gerade auf der Hand hat. Und wenn wir jetzt noch eine fünfte Zauber- und Feindkarte setzen, dann haben wir das Problem, dass wir keine Zauber- und Feindkarte mehr spielen können, weil unser Feld voll ist. Sie zerstört unser Monster durch den Effekt ihrer Zauberkarte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Monster zu retten, indem ich es auf die Hand zurückgebe. Wir können es allerdings später mit Seitzes Grab wieder zurückrufen. Dann wäre es halt in der Verteidigungsposition und hätte nur 1200 Verteidigungspunkte. Ah, komm, ich kann es zerstören. Macht ja auch nichts. Ich glaube, die ist ziemlich wild zu ziehen. Ah ja, sie hat Monster entfernt, dass, wenn es direkt angreift, dass sie drei Karten ziehen kann. Drei oder? Es sind doch drei. Drei oder zwei. Okay, jetzt kommt Topf der Trägheit. Die ist seit dem Neuesten verboten. Warum, kann ich mir nicht vorstellen. Ah ja, zwei Karten darf sie ziehen. Okay. Ich frage mich, was sie vorhat. Ich meine, laut ihrer Taktik müsste sie jetzt ein gutes Blatt auf der Hand haben. Jetzt hat sie immer noch weniger Karten im Deck als wir. Obwohl sie jetzt Topf der Trägheit gespielt hat, um ihr Deck wieder aufzufüllen. So, Medusa-Wurm wird uns helfen. Und jetzt könnte ich meine Hierarchus-Sphinx opfern und Gigantes beschwören. Möchte ich jetzt allerdings noch nicht. Die Karten haben wir auf der Hand. Sechs, ist okay. Gut, ihr Deck reduziert sich allmählich. 24 Karten. Und jetzt noch mehr, weil sie noch mal zieht. Ich frage mich echt, was ihre Strategie ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Gut, ich verstehe es zwar immer noch nicht, was sie vorhat. Aber jetzt haben wir ja unseren Medusa-Wurm draußen. Wir können jedes ihrer Monster einfach so zerstören, ohne großen Aufwand. Indem wir es einfach aufdecken. Gut, jetzt müssen wir eins von ihren Monstern wählen. Ehe nehmen wir den Mist, das rappelt in der Kiste. Ehe nehmen wir den... Okay, ich nehme mal die linke. Was war das für ein Monster? Ist diese Karte aufgedeckt in der Endphase? Zieh eine Karte von deinem Deck. Ah ja, okay. Wieder eine Ziehkarte. Jetzt könnte ich... Ne, möchte ich nicht. Ich könnte jetzt Exort spielen, theoretisch. Indem ich das hier jetzt spiele, meinen Medusa-Wurm abgebe und dann Krio-Sphinx ab schmeiße auf den Friedhof oder Opfer auf den Friedhof und dann könnte ich den hier beschwören. Danach könnte ich Saithis-Grab benutzen und Krio-Sphinx zurückrufen. Aber Exorts... Ich weiß nicht. Exorts hat zwar... Komm, ich mach das jetzt einfach. Who cares? Oder vielleicht auch nicht. Ich mein... Ich mein, Medusa-Wurm ist schon ganz gut draußen jetzt. Ähm... Ach, was soll's. Ich mach das jetzt einfach. Nein, ich will keine Angriffsposition. Meine A-Taste hat sich wieder aktiviert. Okay. So, dann... Das hier. Jetzt kann ich den abgeben, um Exorts zu spielen. Und hier kommt unser Special Monster! Exorts! Als nächstes... Genau, jetzt wollte ich Krio-Sphinx zurückrufen. Sie kann noch eins ihrer Monster wählen. Ah ja, das war dieses Monster, was wenn es genau aufgedeckt ist in der Endphase, dass sie eine Karte ziehen darf. Juh, das könnte ich gigantisch spielen und angreifen. Was würde mich das kosten? Ja, ich könnte Medusa-Wurm entfernen. Ich glaub, das mach ich sogar auch noch. Piracus-Sphinx zu opfern, wäre ein bisschen zu schade. Okay, da ist nächstes. Und jetzt greife ich das Monster an. Wenn ich diese Karte be... Ah ja, sie darf wieder zwei Karten ziehen und zwei ablegen. Ha, hatte ich gerade... Ja genau, das Monster des Lakoda. Das hat auch den Effekt, dass es in die Verteilungsposition zurückgesetzt werden kann. Und immer wenn es geflit wird, darf sie eine Karte ziehen. Ist ein Zombie-Monster. Gut, bin ich fertig mit meinem Zug? Ähm, ja, ich glaub schon. Das reicht erstmal fürs Erste. Nein! Scheißen Dreck! Nicht diese Karte! Blitzeinschlag! Wirf eine Karte ab, zerstere alle auf eine Monster, die dein Gegner kontrolliert. Gut, da sie eine... da sie viele Handkarten hat, ist es sogar ganz nützlich in diesem Deck. Scheiß, wir verlieren Exort. Oder ich könnte Exort retten, indem ich jetzt Zwangsverkündungsgerät auf mein Monster aktiviere. Mache ich auch. Exort muss ich echt retten. Das ist... echt zu schade, wenn ich die jetzt auf dem Friedhof habe. Gut, jetzt verlieren wir Gigantes. Gut, jetzt haben wir den Schaden minimiert. Sie möchte nochmal eine Karte ziehen. Als ob sie nicht schon genug Karten gezogen hätte. Boah, wenn die... wenn die Exoter in ihrem Deck drin hätte, das wäre echt übel. Kettensägen in 6. weiß diese Karte mit einem Monster kämpft, zieht ein Gegner am Ende des Damage Steps eine Karte. Das doof ist allerdings, dass sie nicht angreifen kann und ich jetzt meine bodenlose Fallgur benutze. Genau. Uwe, wer ist Uwe? Egal. unsere verräterischen Schwerte werden jetzt auch zerstört, da der dritte Spielzug jetzt beendet ist. Alles klar, wir haben Stein-Statue und Zwangswerke Übungsgerät gezogen. Ich könnte jetzt theoretisch Kriosphinx nochmal spielen, Exot in Angriffsposition, dann noch spielen und dann Schild und Schwert benutzen, um wieder die Angriffs- und Verteidigungspunkte zu tauschen, dann hätte Exot wieder 4.000 Angriff. Allerdings hätte er dann in der Endphase 0 Angriffspunkte, das ist ein bisschen risk. Das heißt, ja, ich verteidige mich noch ein wenig, bis ich das passende habe, um ihre Monster zurück auf die Hand zurückzugeben. Ich schau jetzt mal, was sie vorhat, was sie mit ihrem Decke zu alles anstellen kann. Ist doch schlechter, die Karte haben wir uns vorhin angeschaut. Wenn die uns Lebenspunkte abzieht, darf sie zwei Karten von ihrem Deck ziehen. Die greift unsere Steinstatue an. Ja, mach ruhig. Dann verlierst du 400 Lebenspunkte. 200 mal 2 wegen dem Effekt von der Steinstatue. Ist das jetzt ein doppelter Kampfschaden? Eigentlich hätte ich die noch aktivieren können, dann müsste sie jetzt noch eine Handkarte abschmeißen. Naja, habe ich verpeilt, kann auch mal passieren. Macht auch nichts. Mega-Felsdrache, interessant. Wie viele Karten haben wir denn auf dem Friedhof? Eins, zwei, zwei haben wir, okay. Auf dem Feld haben wir weitere zwei, das wären vier, vier mal 700 sind 2800. und dann haben wir das ist ein Riesenratte. Ne, Riesenratte ist ein ungeheuer. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich könnte jetzt meine Riesenratte abgeben, um eine Startruhe von unserem Deck spezial zu bespüren und die dann in die Verteidigungsposition setzen durch den Effekt und dann haben wir was, mit der wir sie nerven können. Und diese Kombi kann man dann mit Exot durchführen, indem wir unser Monster auf- und zudecken und dann füge Exot ihr immer 1000 Punkte Schaden zu. Das ist glaube ich eine gute Methode. Außerdem musst ihr jetzt zwei Karten ziehen, was ihr Deck weiterhin minimieren wird. Wir verlieren jetzt bei 400 Punkte, aber das ist mir völlig wert. Diesen Preis zahle ich gerne. Und sie darf zwei Karten ziehen. Minimiert dadurch ihr Deck auf 13 Karten. So, jetzt aktiviere ich den Effekt von Riesenratte. Ich könnte mir jetzt theoretisch eine weitere holen, dadurch würde sich ihr Deck noch weiter reduzieren. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Kostet mir zwar immer 400 Punkte, aber who cares. Ich mache das jetzt. Dann probiere ich es nochmal. Jetzt verdienen wir leider wieder 400 Lebenspunkte. Ah, scheiße, der Effekt gilt, dass wir zwei Karten ziehen müssen. Jetzt sehe ich es erst. Okay, da habe ich mal wieder Mist gebaut. Aber wenn es andersrum wäre, dann wäre es gar keine schlechte Methode gewesen. Aber jetzt haben wir immerhin sehr viele Handkarten. Das ist auch ein Vorteil. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Verdammt. Wenn ich noch eine Riesenratte spiele, oh Gott, die werde ich gar nicht los. Wobei, wenn ich sie nicht los werde, dann könnte ich sie alle abschmeißen, theoretisch. Wenn ich sie abschmeißen muss, dann habe ich viele Monster auf dem Friedhof. Dann könnte ich Megafelsdrache viel besser nutzen. Ich mache das jetzt weiterhin. Egal, komm. Weißt du, wie es Spaß macht. Aber wenn ich jetzt nochmal angreife, haben wir weniger Karten als sie im Deck. Allerdings wird sie wahrscheinlich weitere Karten ziehen. Ne, komm, ich greife nicht nochmal an. Das ist jetzt mir viel zu risk jetzt. Ui, Junge, Junge, jetzt haben wir ganz schöne Hand jetzt hier. Oje, die werde ich gar nicht los, die Karten. Okay, was mache ich denn? Schlimmes Desaster, falls ich angreifen will, dann können wir das ganze Feld ein bisschen leeren. Oder ich könnte jetzt meine Steinstatue zurück auf die Hand zurückgeben und die dann abschmeißen. Dann wäre sie auf dem Friedhof, dann könnten wir den Megafelsdrache dann viel besser nutzen. Mach ich, mach ich. Ich mache das jetzt. Es war eine komische Methode, was ich jetzt gerade probiere, aber probieren wir es mal. Okay. Dann benutze ich Hammerschuss, um ihren Bistoschlechter zu zerstören. Als nächstes, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. jetzt muss ich die richtigen Karten setzen. Wie viele Karten haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Handkarten haben wir. Das heißt, wir müssten in der Endphase vier Karten ablegen. eins, zwei, eins, zwei, Exot möchte ich nicht abschmeißen. Ja, ich könnte mir, ich glaube, ich setze glaube ich noch zwei Karten. Ektoplasma setze ich mal verdeckt und Schild und Schwerz kann auch nicht schaden, wenn ich die noch oder ne, machen wir mal so, nehmen wir die hier und dann schmeiße ich in der Endphase, wie viele Karten haben wir denn jetzt? Jetzt müssten wir acht haben. Das heißt, wir müssen jetzt zwei abschmeißen. Genau, dann schmeiße ich die hier ab und die hier, genau. Genau, gute Methode. Also, den Golem Wachposten und die Steinstatue schmeiße ich jetzt ab und die werden wir dann später alle aus dem Spiel nehmen, um Megafest 3 zu spielen, der ist dann richtig stark. Allerdings machen wir jetzt ihre drei verdeckten Karten ein bisschen Angst. Sie zerstört meine Riesenratte, kann sie gerne machen. Und jetzt? Na, was machst du jetzt? Ein weiteres Verteidigungsmonster? Okay. Jetzt muss ich irgendeinen Weg finden, ihr Feld zu cleanen. Das wäre eine Möglichkeit, damit könnte ich es einigermaßen wegcleanen, das Feld. Ähm, hm. Aber mit diesem Monster bin ich, glaube ich, auch ganz gut dran. Genau, mit den Pilgrimuesoldaten kriege ich die zwei weg. Wie viele Angriffspunkte hätte denn unser Megafest-Drache jetzt? Theoretisch, eins, zwei, diesen Ratte zählt nicht, weil die zwei kein Felsmonster sind. Drei, vier, vier, sind zwei, acht. Die könnte ich auch noch abschmeißen später. Die könnte ich auch noch opfern, weil wir Exodon spielen können. Dann hätten wir sechs, sechs mal sieben sind und 42 wären 4.200. Wenn ich da noch Exod draußen habe und Schild und Schwert benutze, hatten wir einen Schild und Schwert tauscht, ja, doch, müsst ihr eigentlich schon austauschen. Aber wir hatten ja mal so eine Situation, da wurden die nicht ausgetauscht. Ach, ich weiß, doch, 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 die wurden damals ausgetauscht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, doch, die wurden damals ausgetauscht, genau. Grund-ATK und Defense, okay, sind gleich, das heißt, er hätte dann, ja, 4.000 Angriff und Exod hätte dann auch 4.000 Angriff, dann können wir sie one-hitten quasi. Gut, wie viele Karten habe ich denn jetzt auf der Hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich schmeiße jetzt das hier ab auf den Friedhof. Alles klar, die will noch mal eine Karte ziehen, wenn sie möchte. Kann sie es gerne machen. Ich bin immer am überlegen, ob ich den raubenden Goblin benutzen möchte jetzt. Jetzt hat sie nur noch 10 Karten in dem Deck. Wir haben 13. Uh, 13, eine Unglückszahl. Jetzt dauert es ein wenig, weil die Kali das Ganze berechnen muss. Weil ich so viele Karten, die sie auf der Hand hat, ist es verständlich. Alles klar, jetzt wird es uns schwerfallen, ihr Feld zu cleanen, weil sie jetzt drei Monster gesetzt hat. Eine interessante Karte für unser Deck wäre übrigens noch Buch des Mondes. Mit der Karte können wir ein Monster auf dem Spielfeld in die verdeckte Position setzen. jetzt muss ich scharf nachdenken. Wächterstart, boah, perfekt. Wir können jetzt ihr Feld ganz einfach mit Wächterstart cleanen. Da müsste ich den Pinguin-Soldaten jetzt zwar abgeben, aber das ist mir wert eigentlich. Genau, Pinguin-Soldat wird geflippt. Dann geben wir ihr zwei Monster zurück auf die Hand. Ich hoffe, sie aktiviert jetzt nichts als Kette. Okay, macht sie nicht. Sehr gut. Ich könnte sie jetzt allerdings zu einem Angriff verlocken. Dann werden ihre vier Verdeckte weg. Wenn sie jetzt angreift, dann können wir damit alle Zauber- und Feinkarten zerstören. Aber ich glaube, ich setze lieber die Wächterstatue jetzt verdeckt. Vielleicht finden wir ja noch eine andere Möglichkeit, wie wir ihre Zauber- und Feinkarten loswerden. Jetzt haben wir sieben Karten auf der Hand. Ich muss jetzt eine wieder setzen, damit wir keine abschmeißen müssen. Hier Zug. Ich glaube, wieder ein Snickers, weil sie wieder ein bisschen länger braucht. Okay, sie zieht zwei Karten, überspringt dafür ihre nächsten zwei Draw-Phasen. Ist eigentlich voll useless, die Karte bei diesem Spielmodus, denn sie darf ja eh in jedem Zug zwei Karten ziehen und jetzt muss sie ihre zwei Draw-Phasen überspringen. Das heißt, ja gut, die müsste dann zwei Karten jetzt weniger ziehen. Das ist allerdings von ihr auch, damit hat sie allerdings auch einen Vorteil. Denn sie kurz davor Deck zuzugehen, sie holt sich einen dunklen Imitator Level 1. Philipp, decke eine Karte von deinem Deck, erziehe eine Karte von deinem Deck. Zusätzlich lege während der Stammerface deine Spielzuhres diese auf eine Karte aus dem Friedhof um einen dunklen Imitator Level 3 Karte als Spezialbesperrung aus deiner Hand oder deinem Deck zu beschwören. Na gut, wenn sie das gerne haben möchte, kann sie das machen. Ich werde ihr Feld eh später cleanen. Ja, jetzt hängt das Spiel ein bisschen hinterher, weil so viel gerade los ist. Huiiii, Maus. Allwissende Maus. Was wird Hiroyu als nächstes tun? Hiroyuki. Okay, klingt wie ein Mädchenname, wie ein weiblicher Name. Oh Gott, ihre 5 verdeckte. Oh je. Jetzt muss er, es hat so drei ihrer Handkarten abgeschmissen auf dem Friedhof. Waboku und Gigantes. Mit Gigantes können wir das Feld auch cleanen, allerdings muss es im Kampf zerstört werden. Ich traue mich jetzt nicht die Kombi durchzusetzen, weil fünf verdeckte ist schon heftig. Allerdings kann sie auch so, dass die meisten davon Zauberkarten sein könnten, die sie vielleicht nicht spielen kann und nur verdeck gesetzt hat, damit sie wenig Handkarten abschmeißen muss. Aber wenn ich jetzt die Kombi durchsetze, dann habe ich schon an den entscheidenden Schlag gelandet. Ich glaube, ich riskiere es. Ich setze die Kombi jetzt einfach mal durch. So, Wetterfinks wird geflippt. Okay, jetzt haben wir Fade geleert, jetzt können wir sie direkt angreifen. Jetzt muss ich Kriosfinks abgeben. Ach, ich hätte eigentlich flippen können, dann werden ihre Monster auf dem Fliethof gelandet. Da habe ich auch ganz kurz jetzt nicht nachgedacht. Naja, macht nichts. Jetzt biete ich Kriosfinks als Tribut und spiele Exot in Angriffsposition. Als nächstes ähm, muss ich kurz überlegen. Genau, ich überprüfe jetzt mein Fliethof. Ein Felsmonster, zwei Felsmonster, drei Felsmonster, vier Felsmonster, äh, fünf Felsmonster, sechs Felsmonster. Das sind jetzt 4200 Angriffspunkte. Vorbei setze ich sicher als halber Wächterfinks noch in die Verteidigungsposition. Kann sein, irgendwie was hat, was mein Monster zerstören könnte, durch einen Angriff Spielkraft vielleicht. Okay, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Ich werde jetzt Mega Felsdrache spielen. Alle meine Felsmonster abgeben, die ich auf dem Friedhof habe. Oh, es sind sechs hier, genau. Ich dachte kurz, es wären sieben. Und spiele den Mega Felsdrachen. Genau, 4200 Angriffspunkte. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Ich spiele Schilder und Schwert, tausche die Angriffs- und Verteidigungspunkte aus. Jetzt haben wir zwei Monster mit 4000 Angriffspunkten und jetzt müsste ich sie, wenn beide Angriffe durchkommen, vernichten können. Exxort beginnt zuerst. Aha, Verteidigungs-Zien. Verdammt, sie überlebt sogar noch. Naja, haben wir noch ein Zwangs-Evakuierungsgerät irgendwo? Nein, aber wir haben noch Waboku. Falls ihr irgendwas probiert, Exxort zu zerstören, haben wir immer noch Waboku übrig. Immerhin kriegst sie noch 4200 Lebenspunkte Schaden durch. Okay, ich nehm's zurück. Sie hat zweimal Verteidigungs-Zielen im Deck. Aber langsam geht sie Deck tot. Vier Karten hat sie noch übrig. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ektoplasma. Ne, Ektoplasma nimmt nur die Grund- Artika und sie sind bei beiden laut dem Spiel Null. Ein Erdemonster. Wir haben noch ein Erdemonster auf dem Friedhof. Echt jetzt? Ach ja, genau, das sind Riesenratten. Genau. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, genau, ich setze die jetzt verdeckt, auch wenn sie jetzt vielleicht mein Exxort zerstören wird. Ich gehe das Risiko jetzt ein. Goblin Lock Einheit. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Falls diese Karte angreift, wird sie am Ende der Battle Phase in die Verteidigungsposition geändert. Die Kampfposition dieser Karte kann bis zum Ende deines nächsten Spielzuges nicht geändert werden, außer durch einen Karten Effekt Ok Es greift der Exxort an Er sagt hier wie ich meine Falle schlimmes Desaster dann werden ihre drei Karten zerstört Leider werden auch unsere Verdeckten zerstört die wir alle gesetzt haben aber hey ein leeres Feld Göttlicher Zorn hat sie draußen Ok ich hätte sie wollen benutzen können um unsere Wächter Pfingst zu zerstören Tja das war's mit Exxort wir kriegen 1000 Punkte Schaden das macht allerdings nichts und jetzt kommt ihr Monster wieder in die Verteidigungsposition durch den Effekt und sie auf eine Kalle ziehen Finstere Ausbruch sie kriegt eine Karte von ihrem Friedhof auf die Hand drei Karten hat sie noch in ihrem Deck jetzt füllt ihr Feld wieder mit Zauber und Fang Karten auf und legt wieder wow sie sehr viele Monster jetzt abgelegt ok es könnte ich ihr Monster mit welches auf die Hand zurückgeben aber vorher sollte ihr noch mystische Raumtifun benutzen um ihre Verdeckte zu zerstören kann es sein dass es eine dritte Verteidigungsposition Karte ist dann greife ich sie mit Gigantest mit mit und mit den anderen beiden noch an und dann müssen wir es eigentlich schon geschafft haben zunächst muss ich ihre Fallenkarte zerstören oder ihre Zauberkarte ich glaube das ist eine Falle ok eine Zauberkarte war es eine semi limitierte Zauberkarte magische Steinausgrabung wirf zwei Karten abfüge deine Hand eine Zauberkarte von deinem Friedhof hinzu als nächstes spiele ich Gora halt Moment 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 nur keine Eile wenn wir die jetzt spielen können wir mit der hier nicht mehr angreifen nein jetzt hättest fast in Verteidigungsposition gesetzt oh mein Gott also gut da ich jetzt entferne ich eine Isenratte oder Exhort Exhort können wir sowieso nicht mehr speziell beschwören hier ist es angezeigt das heißt ja wir müssen sie jetzt leider entfernen und spielen Gigantest als nächstes decke ich meine Wächter aus Pfingst auf und gebe hier Monster zurück auf die Hand jetzt könnten wir hier 4200 das wären ungefähr 5000 also 4900 exakt es wären dann 6800 Schaden wenn ich richtig gerechnet habe das war ein enormer Schaden jetzt gerade das fügt ihr die Hälfte noch zu ok wir kriegen sie genau noch auf nur ok dann ist doch mehr abgezogen als ich dachte ok das war es wir haben sie geschlagen Team schwarz und blau existiert nicht mehr umkehr abschluss bonus ich glaube das ist die schild und schwer zauber karte umkehr abschluss bonus bin mir nicht sicher bonus für maximaler schaden ich glaube das ist weil wir die weil wir unseren maximalen schaden also ich glaube bei maximalen schaden das ist wenn man ihr mindestens 3000 schaden direkt zu zu verfügt und ich habe ihr mit der mit dem megafels drache 4200 schaden zu gefügt zerstörung durch effekte bonus das war die feinkarte wo alle zauber und feinkarten zerstört und wir hatten eine volle zauber feinkarten zone das erste mal und neuer bonus weil wir neue boni bekommen haben nein weil wir sie geschlagen haben genau bonus bonus ist es mit den neuen bonus genau ok jetzt haben wir 3593 dp wir können uns jetzt weitere karten kaufen mach ich allerdings jetzt noch nicht ach mensch ich habe verloren du bist gar nicht übel jeder wollte mich als anführer haben weil ich stark bin ich bin mir da nicht mehr so sicher ich hoffe man wird mir glauben wenn ich erzähle wie gut du bist naja ich gehe dann nach hause bis dann wer ist ein echter bandenkrieg wärst du jetzt tot egal ah ja da kommen jack und curl janka du hast gewonnen prima nach dem ganzen gerede über das können ihres anführers war ich etwas nervös moment war dieses kind eben ihr anführer alter spielt keine rolle nur fähigkeiten darum geht es beim duellieren besonders hier im bad bereich das stimmt das duellieren hat uns zu dem gemacht was wir heute sind ok lass uns mit kellen und yusei treffen und zum versteck zurück kehren na gut jetzt kontrollieren wir auch dieses gebiet haha ja ich kann nicht glauben dass ihr anführer dieses kleine kind war hey ein anführer ist ein anführer egal ob kind oder nicht und er war nicht übel er hat mir nur er hat mich nur eine zeit lange aufgehalten eine halbe stunde hatte mich aufgehalten aber er war nicht wirklich ein ernst zu nehmender gegner egal du hast ihn besiegt und darauf kommt es an ich habe gehört dass du von klein herrung kam aus dem nichts und er hat mich von hinten angegriffen wenn ich so schlecht im duel wäre würde ich vermutlich etwas ähnliches tun hast du es hin heim gezahlt ich habe ihn richtig fertig gemacht ganz fair in einem Duell ganz fair was verdammt das habe ich übersprungen nichts der tut mir einfach leid das ist alles ich fühle mich nicht gut an es fühlt sich nicht gut an von dir in einem Duell fertig gemacht zu werden kann ich kann ich sagen er hat mich zuerst angegriffen viel wichtiger ist dass wir fast ganz satt Satellite erobert haben aber werdet nicht überheblich noch ist es nicht vorbei ja da hast du recht welches gebiet nehmen wir uns als nächstes vor nicht so schnell als erstes müssen wir unsere gegner kennen lernen josei hat recht ich werde das nächste gebiet morgens so oder so erkunden alles klar dann lass uns für heute schluss machen mut euch etwas aus ihr merkt es vielleicht nicht aber ihr seid sicherlich erschöpft ich sage euch bescheid bescheid wird groß geschrieben wenn wir unseren nächsten gegner gefunden haben freut ihr euch auch so am nächsten tag und ich gehe den spielstand speichern bevor wir den nächsten tag beginnen erstmal muss den speierpunkt suchen wo ist der verdammte speierpunkt wo ist der verdammte speierpunkt ich suche ihn ich suche ihn ich suche wo ist der speicherpunkt verdammt speierpunkt bist du hier irgendwo speicherpunkt wo versteckst du dich komm her speicherpunkt es gibt leckerli speicherpunkt bist du hier oben wo ist der speicherpunkt speicherpunkt bist du hier ja da bist du hab dich gefunden ok dann mache ich hier an der stelle schluss und dann geht zum nächsten part weiter mit dem nächsten gang kampf also bis zum nächsten part macht's gut euer yanke lp ciao